Hallo zusammen, ich bin Roberto Alves, das ist der Niki Georgiev. Das ist ein Format, wie gut kennst du mich? Also, erste Frage. Wann gab ich mein Debut für die erste Mannschaft vom GC? Ich glaube, es war im Jahr 2015. War das nicht so? Ja. Was ist mein voller Name? Roberto Alves Olivera. Fast. Roberto Emanuel Olivera Alves. Welches war mein Jugendverein? FC Wettigmann. Für welche Teams habe ich neben dem GC noch gespielt? Wettig? FC Winterthur? Ja. FC Wien? Ja. Ja, ich denke. Ja. Wie viele Pflichtspiele habe ich für die A-Nationalmannschaft in Mazedonien bestritten? Schwierig. Nicht viele. Ich sage mal 10. Ja, zu viel. 5. 5. Die Hälfte. Nicht schlecht. Was ist einer der finalsten Songs auf meiner Playliste? Ja. Ja. Kaya. Weiss nicht. Schwierig. Ich dachte, die alten Songs vor allem. Ja. Was ist mein FIFA 19 in der Rating? Nein. Nein. Ich sage mal... 60. Fast. Nicht besser. 61. 62. Ja. Was wäre mein Beruf, wenn ich nicht Profi-Fussballer geworden wäre? KV. Wir sind zusammen mit Schule, würde ich sagen. Ja. Was ist mein Traum-Klub? Ganz klar. Es gibt zwei Auswälle. Der erste Verein nach der Wahl. Barca oder Real? Aber ich nehme mal Barca. Ja. Was ist meine Lieblings-Feriendestination? Portugal. Ja. Das ist richtig. Ciao. 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 Warte. Das ist alles. Das ist alles. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.